Ach Gott, wenn diese segensreiche Stille dauern könnte. Doch die vermischten Fäden des Lebens werden verwoben in Kette und Schuss. Es kreuzen sich Stille und Sturm, ein Sturm für jede Stille. Wo liegt der letzte Hafen, von dem wir nie mehr ablegen? Meine Hand wider jedermann, jedermanns Hand wider mich. Nennt mich Ismail. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Das ist es, wofür ihr angeheuert habt. Diesen weißen Baal zu jagen, auf beiden Ozeanen, in allen Winkeln dieser Welt, bis schwarzes Blut erbläst und tot im Wasser treibt. Ihr seid die ganze Menschheit. Ahab aber steht allein unter den Millionen der bewohnten Erde. Er hat keine Nächsten, weder Götter noch Menschen. Ein alter Nah ist der alte Ahab 40 Jahre lang gewesen. Um wie viel ist Ahab jetzt reicher oder besser als zuvor? Musik 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 Vielen Dank.